Es gab einen Montest, der hier ein paar Monate begonnen wurde. Wir hatten eine große Reaktion, viel Interesse und viele gute Bilder kamen hier. Jetzt werden wir die vier Finalisten der 500 Contestanten wählen. Ja, das verbinde ich doch eine schöne Zeit, eine gute Zeit hier. Da habe ich mich lustig gefunden, dass die einen so einen Zipfel nicht zerträgt und die anderen die voll Hockey-Montura haben. Es war schwierig, die 10 von 30 zu wählen. Ich denke, es wird jetzt noch mehr schwierig, die 4 von 10 zu wählen. Es sind wirklich alles so gute Zeichnungen und so individuell, dass es wirklich sehr, sehr schwierig war. Das Bild vom Tiziano ist einfach sehr gut gesegnet. So ein 3D-Effekt und für einen siebenjährigen Jungs ist es sehr gut gesegnet. Wir hatten alle einen Puck hier. Ich glaube, wir haben den Detail auf dieser Seite gefallen. Die Person ist nur 7 Jahre alt, also das ist ziemlich gut. Für uns selber ist es schön, zum Teil der Sache hat man gesehen, wie das von WM oder so. Das berührt immer noch emotional. Das ist ein Kompliment an alle Mädchen und Buben, die eine schöne Zeichnung gemacht haben. Das ist ein Kompliment an alle Mädchen und Buben. Das ist ein Kompliment an alle Mädchen.